Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit unseren Pantanen und ich habe mich daran erinnert, wir haben ja auch hier noch die Zeppelin-Fahrt, da waren wir schon lange nicht mehr oder Pilgerfahrt, na ok, auf jeden Fall reisen wir da mal wieder hin, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mal sehen ob es was Neues gibt. Sprecht mit Meister Chong auf der, auf den Gipfeln bla bla bla, ok, das haben wir, das haben wir glaube ich schon gemacht, oder? Mal gucken, wir gucken uns das mal kurz an, warte, ich wüsste jetzt nicht, dass wir in den letzten Level mal dort, vielleicht, naja ok, vielleicht sollten wir erst mit Level 40 dorthin, ist das da unten? Ja, sprecht mit Meister, wo ist der Meister? Wie heißt der Vogel nochmal? Ist aber doch der her. Berichtet mir von euch. Oder auch nicht. Hallo, mögen euch die Nebel. Mal, wie hieß denn der jetzt? Hm. Wo ist denn der? Das gefällt mir nicht, die Quest. Ich ruhe mit Meister Chong auf den Gipfeln der Ruhe. Vielleicht muss ich mich mal kurz orientieren, der ist... Noch da drüben ist er doch. Der mit der Sprechblase. Hm, das sieht man auch auf der Minimap. Seid gedrückt. Das ist wahrscheinlich das... Na ja, das ist dasselbe, was wir schon mal gemacht haben. Egal, dann machen wir es nochmal. Dann kriegen wir wieder so einen... Buff. Ja, komm. Schüren wegen. Dass die mal so lang brauchen. Übrigens habe ich mein Interface ein bisschen umgestellt. Also, ich habe mal ein paar neue Fähigkeiten reingenommen. Verbeugen. Ach, keine Ahnung, wie man sich verbeugt, ey. Komm, greif an. Gut, der ist da die gleiche Stufe wie ich natürlich. Jetzt wird es natürlich etwas schwieriger sein. Das finde ich nicht gut. Aus da. Jetzt habe ich auch diesen Schlag genommen, wo man sich... Oder was bringt eigentlich das hier? Das habe ich nämlich vorhin auch reingenommen. Also, dieses besugelte Gebäude, wie das heißt. Ja, okay. Diesmal ist es deutlich einfacher. So, jetzt kann ich mich nochmal heilen. Oder auch nicht. Wow. Habe ich mal einen Buff eigentlich? Ja, der läuft noch. So, jetzt ist er frickt. Sorgfällig. Ach, der reinkommt man ja auch, ne? Ich laufe hier dauernd. So, wieder zurück. Jetzt haben wir auch... Ne, den Buff haben wir noch nicht. Den kriegen wir erst jetzt. Gipfel der Ruhe. Ob man eigentlich... ...hier auch hochfliegen kann, wenn man jetzt kein... ...Pandaar ist? Ich glaube nicht, ne? Wo bist denn du? Da ist er doch. Seid gegrüßt. So, jetzt kriegen wir unsere... ...unserer Queste. Portal nach Orgrimma. Hm. Wollen wir nach Orgrimma? Ich mein... ...ich bin jetzt schon Stufe 39. Ich könnte jetzt nach 1000 Nadeln gehen. Hm, der Winterquelle ist noch zu... ...zu hoch. Der Teufelsfall ist auch noch zu hoch. Das ist zu niedrig. Eigentlich gibt's hier nur 1000 Nadeln, ne? Hm. Was gibt's denn hier drüben? Was liebt? Naja, da will ich nicht hin. Ich glaube, ich port mich einfach wieder zurück. Äh, wie ging das jetzt nochmal? Wahrscheinlich wieder hier drauf. Ja. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Erfahrung. 50% erhöht. Das ist natürlich ziemlich übel für einen... ...Mönch. Oh. Scheiße, ich musste mal gähnen. Sorry. Huh. Schon wieder so müde. Ach. Schlimm. Das Wetter... Das Wetter ist auch dran schuld, Leute. Weil... Es ist schon um... ...kürz nach vier wird's schon dunkel. Und... Äh... Keine Ahnung. Dann arbeiten wir den ganzen Tag. Und dann ist mal abends so... Ah, so... Läh. Dann möchten wir's hier am liebsten abends gleich mal hinlegen. Oder macht man's doch nicht, weil... Weil man keinen Bock hat, dann... ...nicht nachts schlafen zu können. Aber naja. Wieso lauf ich eigentlich dauernd so? Ach ja, mit Level 40... 40 wird mal reichen. Können wir jetzt auch schneller reiten. Dann sind wir wenigstens etwas schneller unterwegs. So. Was haben wir denn hier noch für Quests? Wir haben noch... ...beste Qualität. Müssen wir so Belger sammeln. Das werden wir uns gleich mal zu Gemüte führen. Dumm ist halt jetzt bloß, dass hier alles... ...viel zu low ist. Alle sind schon grün. Außer die neutralen Mobs. Die man normalerweise nicht angreift. Jetzt kommst du doch hoch, oder? Oder auch nicht. Oh, jetzt... Jetzt nehm ich gerade auf. Und jetzt wird's ganz schlimm, ey. Das kann doch gar nicht sein, ey. Gerade eben hab ich die ganze Zeit geschillt. Oder war ich nicht müde? Und jetzt... Jetzt plötzlich nehm ich auf. Ja, so quasi... Die Arbeit steht an. Jetzt musst du einschlafen. Ah, da sind die... ...Yetis. Haben wir die schon mal gemacht, ey? Oh, schau. Da gibt's keinen ins Gesicht, ey. Was haben die denn? Haben die keinen Fell, oder was? Das ist vielleicht immer ein... ...gedödelter... ...na. So. Gut, zehn. Hm? Und bevor ich mich echt, ob ich den ganzen Scheiß rausschneiden sollte, weil... ...tun... ...aber nicht, dass da was passiert, ne? Boah. Oh, ich muss grad echt kämpfen, ey. Das ist unglaublich. Schlimm. Deshalb nehm ich auch lieber am Wochenende auf, bevor ich ausgeruht bin. Oh, und während der Woche immer... ...mhm... ...mhm... ...aber... ...wisste was? Da muss mal durch. Ich möchte hier nicht bis... ...zum nächsten Eldon an dem... ...Level mit dem Pandaren rumhängen. Das ist ja auch scheiße. Da geht er down. Oh, oh, sobald ich den Doppelkomm. Ein Quiz-Item. Oh, ein Ram-Up. Silbergrim, der Weise. Ich habe zu wenig Energie. Der Weise. Oh, Mann. Den können wir... ...töten. Und zwar sofort. So, brauchen wir von denen was? Nein. Das sind nur die Yetis. Was sind das? Die obere, bla bla bla. Ich bin außer Reichweite. Naja, okay. Die... ...zu weit entfernt. Hier, die sind auch Level 37. Das ist auch schon mal besser. Noch nicht bereit. Das ist die ganzen Gurkenmonster hier. Die schon grün sind. Ich meine, klar, ich könnte die grünen Quests auch machen, ne? Und dann kräftig absagen, aber... ...daraus habe ich keine Lust. Ich meine, es müssten jetzt schon einige grünen sein. Oh, okay. Geht eigentlich. So. Hä? Wieso muss ich das hier abgeben? Hä? Ja, da oben soll ich es abgeben. Hä? Was ist denn da oben? Müssen wir mal gucken, ähm... Oh, ist das schlimm, ey? Ich muss jetzt die ganze Zeit gähnen. Oh. Ich drehe noch echt am Rad. Da müsste man sich einfach mal ein wenig chillig hinlegen und ein wenig zocken und so, ne? Und dann dabei noch ein wenig mit euch schmarrn. Und was passiert? Man wird müde. Man wird müde. Das kann doch gar nicht sein. Gerade immer habe ich mich nur so gut gefühlt. Komm, hau dann weg, Bankay. Ach, da guckt es ja. Äh, rettet. Bla 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 bla. Ach, du Scheiße. Da, lauf dich weiter, Mann. Oh, da greift es sogar mit an. Du musst zuerst etwas anvisieren. Das ist jetzt mal der... Den Kleid müssen wir jetzt hinterher und ihn beschütteln. So. Hier geht er down. Und jetzt brauchen wir noch fünf. Oh, wir nehmen mal den Dorn Jäger. Oh, da greift alles an. Selbst wenn ich damit nichts zu tun habe. Oh, hier ist schon alles down, ey. Toll. Und wie soll ich an meine Fahrung kommen? Oder an meine Belger Balx oder wie auch immer. Naja. Ein elektrisches Huhn. Die obere Wildnis. So, wie weit haben wir es noch? Nicht mehr weit. Hm. Was ist denn das? Ein Irrwisch oder sowas? Ja, wir wandern anscheinend direkt auf die Siedlung zu. Ah, jetzt kommt der Glücks-Sensor. Er war uns Gott sei Dank vor ein paar Gegnern. Soll es jetzt eigentlich auch doppelt dann? Wahrscheinlich schon. Boah, ich musste mir hinterher. Flugsystem online. Jung. Okay. Ist der auf jeden Fall weggeflogen. Hä? Und wieso? So habe ich jetzt keinen... Also jetzt bin ich verwirrt. Wieso habe ich keinen Quizfortschritt bekommen? Also... Quasi... Hm. Sehr komisch. Aber jetzt ist es fertig. Wo gebe ich es ab? Seht ihr was? Ich sehe da nichts. Soll ich es abgeben? Jo. Wo soll ich es abgeben? Hm. Keine Ahnung. Das kann doch gar nicht sein. Aber hier ist doch... Hier ist doch der Horde Stützpunkt da. Na, was mache ich denn? Ich kann doch reiten. Junge, 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 Junge. Gucken wir mal. Und? Im Moment sehe ich noch nichts. Hm. Okay. Ähm. Wartet mal. Aber das wird ja unter Fairless hier... ...abgespeichert. Toll. Hm. Ja, die Quiz ist beendet. Aber ich... Ich sehe hier nichts. Hier unten sind die drei Zahlen... ...und da oben sind die drei Zahlen. Das war's. Irgendwo ein Fragezeichen, das ich abgeben kann, ist nicht. Naja. Scheiß drauf. Dann... Dann ist es halt so. Aber mich würde es jetzt mehr interessieren, wo wir als nächstes hingehen, weil... Fairless bringt eigentlich gar nichts mehr. Und also dann bin ich sowieso stark genug. Ich schätze mal, wir werden uns das nächste Mal... ...wohl noch tausend Nadeln begeben. Also da, wo wir quasi hergekommen sind. Wir sind ja nicht über Desolais gekommen. Sondern sind... ...zu den Orks gewandert. Über... Ja, über mich. Ich... ...pfff... So. Gott. Was ich gerade für ein Zeug blubbe? Hm. Nun ja. Ähm. Dann werde ich... ...ähm. Jetzt mal den Part beenden. Und... ...äh... ...mal dann... ...für den nächsten Park nach tausend Nadeln gehen. Dass wir da weitermachen können. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von World of Warcraft... ...wieder. Also Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So.